Ja, moin moin und Mädel, meine lieben Freunde. Heute möchte ich euch mal jemanden vorstellen, der gestern schon auf Telegram rumging und den ich selber seit ein paar Wochen verfolge. Doc Tendo, ein YouTuber mit knapp 20.000 Followern, der sich gerade in letzter Zeit sehr, sehr ins Rampenlicht drängt, weil seine Lebensgeschichte scheinbar etwas negativ gerade verläuft, er aber immer wieder anderen die Schuld dafür gibt. Aber wir fangen mal ganz vorne an. Ich erkläre euch mal, warum man überhaupt auf ihn gekommen ist und was ihn zu einem Typen macht, der sehr schnell auch als Dräger 2.0 bezeichnet wurde. Versteht mich aber nicht falsch, das soll jetzt hier kein Hau-drauf-Video werden, sondern ich möchte euch diese Geschichte mal erläutern und wie ich ihm versucht habe, gute Tipps zu geben, er aber scheinbar sehr lernresistent ist, was gut gemeinte Kritik angeht. Also gut, wir fangen mal an. Der Herr ist IT-Fachmann, spielt auf seinem Kanal eigentlich ausschließlich ARC und hat sich dort eine kleine Community aufgebaut und vor einigen Wochen, genauer gesagt Anfang November, ging es dann darum, dass er seine Wohnung räumen musste wegen einer Zwangsräumung. Die Wohnung musste er Anfang November räumen, davor war es aber scheinbar so, dass er schon anderthalb Jahre davon wusste, dass er da raus soll, er aber dagegen geklagt hat. Er und seine Familie sollten also da raus und er wollte das nicht. Und dazu hören wir uns mal kurz eine Szene an aus einem seiner Videos, wo er darüber gesprochen hat, was ich ja nach Zitatsrecht auch machen darf und wir hören da jetzt mal rein, was da vorgefallen ist und was er uns zu erzählen hat. Und jetzt der letzte Eigentümer hatte sich dazu entschlossen, dass er uns aus dieser Wohnung raus haben möchte, weil er diese Wohnung gerne sanieren, modernisieren und weiter verkaufen möchte. Und da sind wir halt momentan ein störender Faktor. Da ich mir das aber nicht gefallen lassen wollte, bin ich, sag ich mal, mit dem Thema vor Gericht gegangen. So, und leider Gottes habe ich vor Gericht verloren, ja. Das heißt, diesen Prozess, den ich angestrebt habe, habe ich leider verloren. Eine Revision hat leider keinen Sinn gemacht, weil schon das Gericht verlauten ließ, hör zu. Mit einer Revision wirst du auch keine Chance haben. So, jetzt ist es leider so bei uns und ich sage tatsächlich, wie es ist. Es steht die Räumung ins Haus. So, und die Schwierigkeit, die ich jetzt habe, ist, ich wollte einfach mal ganz offen drüber reden, weil ich weiß ganz genau, ich habe so liebe Kollegen, die werden jetzt ein Grinsen im Gesicht haben, die werden sich die Hände reiben, werden sich freuen. Leute, haltet doch einfach die Fresse. Ja, und damit sind nicht die bösen Leute aus der Kritiker-Bubble gemeint, sondern wohl irgendwelche anderen YouTuber. Aber ich finde, alleine schon an diesem Vorgehen sieht man schon sehr schön, dass er auch gerne mal austeilt und das auch ganz gut macht in seinen Videos. Aber nun gut, er ist in seiner schwierigen Situation jetzt im Moment, es ging vor Gericht und er hat dann verloren. Sich aber in der Zwischenzeit nicht um eine andere Wohnung gekümmert, sondern hat wohl gehofft, dass er dort vor Gericht gewinnt. Und stand dann nun quasi mit seiner Familie auf der Straße, als es dann hieß, nee, er muss doch raus. Zum Glück hat ihm dann die Gemeinde weitergeholfen mit einer Übergangswohnung, sodass die Familie jetzt nicht auf der Straße leben muss. So weit, so gut. Nun fragt ihr euch vielleicht, was arbeitet er denn? Und da sind wir auch bei einem ganz wichtigen Punkt, weswegen ich ihn dann auch angeschrieben hatte. Er hatte wohl einen Job, den er wohl von zu Hause aus gemacht hat. Seiner Aussage nach irgendwas mit Servern, irgendwelchen IT-Krams, ihr wisst Technik-Ofi, ich hab davon keine Ahnung. Aber den Job konnte er wohl nun nicht mehr machen, weil er ja seit November keinen Internetanschluss mehr hatte, weil er ja nur in dieser Übergangswohnung jetzt lebt. Also hat er diesen Job mit seinem Arbeitgeber im Moment wohl ruhen lassen, seiner Aussage nach. Und daraufhin hat er in seinen Vlogs dann immer wieder gesagt, dass sein jetziger Job nun YouTube ist, weil er das mit dem Handy dann auch machen kann. Er vom Handy aber nicht diese Serverarbeit machen kann, aber Videos auf seinem YouTube-Kanal ja mit dem Handy machbar sind. Daraufhin hab ich ihm dann mal auch einen Kommentar da gelassen und hab ihm gesagt, dass er das bitte nicht machen soll, dass er YouTube als seine Haupteinnahmequelle ansieht für die Zukunft. Denn so ein Kanal ist halt so fragil, der kann so schnell weg sein, die Klickzahlen können einbrechen oder sonst was. Das ist nichts, woran man sich in so einer Größenordnung, und wir sprechen ja hier von 20.000 Followern und die meisten seiner Videos haben keine 5.000 Klicks, irgendwie halten sollte, dass das seine Haupteinnahmequelle ist. Ich meine, er muss ja auch eine Familie irgendwie versorgen können. Der macht dann maximal ein paar hundert Euro im Monat brutto mit seinem Kanal. Das ist halt meiner Meinung nach ein Hobby. Und da habe ich ihm den Rat gegeben, dass so ein YouTube-Kanal halt maximal unsicher ist. Daher wäre mein Vorschlag zum Beispiel gewesen, einfach einen neuen Handyvertrag abschließen, 80 Euro monatlich für eine Flatrate ohne Datenbegrenzung bei der Telekom, das Handy dann an den PC anschließen, Hotspot und seine alte Arbeit wieder aufnehmen mit dieser Serverarbeit. Wenn er halt keine Chance hat, in dieser neuen Wohnung irgendwie Internetanschluss zu bekommen, weil es eine Übergangswohnung ist. Dann wäre das ja zumindest eine Möglichkeit gewesen, den alten Job weiterzumachen. Monatlich 80 Euro ausgeben, aber vermutlich mehrere tausend Euro dann einnehmen können durch die Arbeit. Aber gut, in den Nachfolgevideos ging es auf jeden Fall immer wieder darum, dass nun YouTube sein Job ist. Und ab diesem Punkt sind dann auch mehrere Leute auf ihn aufmerksam geworden, weil dann die Vergleiche mit dem Träger immer wieder hochkamen. Sich um Probleme wie diese anstehende Räumung nicht kümmern, sondern von der Gemeinde dann Hilfe erwarten, selber nicht arbeiten wollen, lieber sagen, YouTube ist jetzt meine Arbeit, obwohl alle paar Tage nur irgendwie so ein 5-Minuten-Video kommt und und und. Und wir sind hier jetzt immer noch an dieser Stelle im November. Denn ab November kamen jetzt nur noch Vlogs, weil er halt ja nicht mehr streamen konnte vom PC aus. Und in diesen Vlog ging es dann immer irgendwie rund. Er hat sich immer in Rage geredet, weil er für sein Verhalten kritisiert wurde. Zum Beispiel gab es diesen Vlog hier. Ich würde ihn euch jetzt auch gerne zeigen, aber leider hat er heute Nacht alle seine Videos auf Privat gestellt. Daher konnte ich euch diese Szenen nicht als Zitatsquelle mit einblenden. Und so ging es dann mit ganz vielen von diesen Vlogs halt immer weiter bis jetzt in den Dezember. Er wurde kritisiert, die Kommentare wurden gelöscht, weil Kritik scheinbar nicht so gerne gesehen wurde. Und er hat dann kurz danach einen Vlog aufgenommen und dazu gesagt, warum denn dies nicht gemacht werden konnte und warum er dies dann macht und warum die alle schuld sind, aber er dann nicht. Und es ging in diesen Videos dann im Endeffekt immer darauf hinaus, dass immer die anderen schuld sind, nicht man selber. Und daher wurde dieser Vergleich zum Herren aus Franken immer offensichtlicher. Ich werde mal schauen, vielleicht hat irgendjemand die Videos von ihm ja auch gespeichert, dann werde ich euch demnächst noch mal ein paar einzelne Szenen davon einblenden, um das mal belegen zu können, was ich hier sage, damit ihr euch auch mal ein eigenes Bild machen könnt. Aber es geht ja noch weiter. Wir sind jetzt hier im Dezember und er bringt jetzt ständig Vlogs raus. Meistens mit so 2000, 3000 Klicks und sagt halt, das ist sein Job. Und Kritik, warum er denn nicht arbeiten geht, sieht er als ungerechtfertigt an. Okay, soweit, so gut. Jetzt ist er ja seit Anfang November aus dieser alten Wohnung raus. Und dann kam vor ein paar Tagen jetzt dieses Video hier. Fassungslos. Alles wurde zerstört und man steht vor dem Nichts. In dem es darum ging, dass seine alte Wohnung ausgeräumt wurde vom Vermieter und alles in eine Mulde gekippt wurde. Kurz danach gab es noch ein Rant-Video mit Die Vergangenheit meiner Familie und mir ist ausgelöscht. Wo er sich wieder über den Vermieter aufregt, dass er die Wohnung ausgeräumt hat, alles was da drin war, halt in diese Mulde geschmissen hat. Dann wurde auch dem Vermieter noch irgendwie Schwarzarbeit unterstellt und alles sowas. Also ein richtiges Video, was eigentlich so ein Meltdown-Alarm verlangt hätte. Ich bin, was sowas jetzt angeht, natürlich auch kein Experte. Aber ich habe mal irgendwie zwei Minuten gegoogelt und wenn man das macht, dann sieht man, dass es da das Berliner Modell gibt bei so einer Zwangsräumung, in dem der Vermieter dem Mieter einen Monat Zeit geben muss, nachdem er halt raus ist aus der Wohnung, um die Sachen aus der Wohnung abzuholen und danach werden die entweder gefändelt, wenn noch Mietschulden offen sind oder vernichtet. Und der Auszug war halt Anfang November. Und ich meine, irgendwie kann man den Vermieter ja auch verstehen, der will ja auch irgendwann mal in diese Wohnung rein, entweder da was umbauen oder halt wieder vermieten oder was weiß ich, was er damit vorhat. Auf jeden Fall müssen diese Sachen da ja irgendwann mal raus. Daher, wenn ihr mich fragt als Laien, der wird sich wohl an die Gesetze gehalten haben, die er einzuhalten hat. Was mich aber hier wieder sehr viel mehr beschäftigt, wieso schafft es Doc Tendo denn nicht, innerhalb eines Monats seine Sachen aus der Wohnung zu holen, wo er doch nun jetzt keinen Job mehr hat und nun alle paar Tage nur einen Fünf-Minuten-Vlog aufnimmt, ohne Schnitt oder irgendwas. Dann müsste die Zeit doch eigentlich da sein, die wichtigsten Sachen da rauszuholen, einzulagern oder in diese neue Wohnung zu bringen. Stattdessen werden Videos gemacht, dass der Vermieter ein ganz, ganz böser ist. Es werden strafrechtliche Unterstellungen gemacht, von wegen Schwarzarbeit mit der Mulde und so weiter. Und natürlich sind wieder mal alle anderen schuld, außer er selber. Und an diesem Punkt dachte ich mir schon, wie kann man so wenig Eigenverantwortung in dieser Situation besitzen? In einem dieser Videos über diesen Vermieter, der alles in die Mulde geschmissen hat, ging er auch auf die berechtigte Frage ein, die scheinbar auch andere in seinen Kommentaren hinterlassen haben, wieso er in diesem einen Monat die Sachen denn nicht rausgeholt hat. Seine Antwort darauf war, das war bisher nicht möglich. Mehr nicht. Das war bisher nicht möglich. Ja, so kann man es sich natürlich auch einfach machen und auf berechtigte Kritik dann halt nicht eingehen. Naja gut. Auf jeden Fall habe ich mir dann an dieser Stelle gedacht, er geht nicht auf gut gemeinte Tipps ein, die man ihm geben möchte. Okay, muss er dann nicht. Er geht auch nicht auf Kritik ein, sondern antwortet einfach nur sowas wie Phrasen mit er war halt nicht möglich, um diese Eigenverantwortung halt wieder abzuschieben, warum er denn einen Monat lang nicht in der Lage war, etwas da von diesen privaten Dokumenten oder sonstige wichtige Sachen für ihn irgendwie aus der Wohnung zu holen. Und an dieser Stelle dachte ich mir, hm, ich gehe mal auf seinen Discord-Server. Das war vor, ich weiß nicht, vier Tagen, fünf Tagen, irgendwie knapp einer Woche oder so. Also vor ein paar Tagen auf jeden Fall. Weil ich mal sehen wollte, wie das denn auf seinem Discord abläuft. Ob da auch Kritik geäußert wird an seinem Verhalten oder ob er da vielleicht auch mehr erzählt, warum er zum Beispiel nicht diese Hotspot-Variante macht, um weiter arbeiten gehen zu können oder warum er einen Monat lang die Sache nicht aus der Wohnung holt. Ich wollte das wirklich verstehen und habe gehofft, dass auf dem Discord-Server irgendwie darüber schon mal gesprochen wurde. Also bin ich da drauf, waren auch alle ganz nett, haben irgendwie gegrüßt und so weiter. Aber leider habe ich darauf null Kritik von seinen Zuschauern gelesen, null irgendwelches Hinterfragen und von ihm war auch nichts dabei, was irgendwie aufklärend irgendwie zu dieser Situation gewirkt hat. Also es sah mir schon so aus wie so ein kleiner Safe Space. So kam es mir zumindest vor. Das kennen wir ja auch von einem anderen Herrn. Aber gut, ich habe ja darauf nichts geschrieben, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Wenn die da miteinander irgendwie nur so positive Sachen reden wollen, können sie ja machen. Ich bin ja auch nicht der, der jetzt irgendwie versucht, da irgendwie stumm zu machen. Und dann kam jetzt hier dieser Post von Doc Tendo. Ich glaube, der kam gestern oder vorgestern. Dort schreibt er, so er ist jetzt wieder da, der Doc übernimmt jetzt das Ruder und dann kam dieser Satz, aber wir starten klein wieder rein, denn ich bin ehrlich zu euch, ich muss langsam sehen, dass ich wieder Geld verdiene, denn das, was ich habe, wird nicht ewig reichen. Und dieser Post, vor allen Dingen jetzt mit diesem Satz und dazu immer diese Vlogs von wegen, ja seine Familie ist jetzt ganz down und ganz unten, weil er einfach ungerecht behandelt wird und so weiter, hat mich schon sehr erinnert an dieses emotionale Druckaufbauen an seine Zuschauer, was ja auch der feine Herr aus Emskirchen immer mal wieder gemacht hat. Wir kennen ja alle diese Szene von wegen, wenn ihr nicht spendet, kann ich meine Handyrechnung nicht bezahlen und dann kann ich keine Videos mehr für euch machen. Hier ist das ganz ähnlich. Ich muss nun Geld verdienen, denn es reicht ja auch nicht ewig und das natürlich ein paar Tage vor Weihnachten. Und nicht zu vergessen, unter den ganzen Videos sind natürlich auch gleich diese Spendenlinks wieder drunter. Und ich finde das irgendwie, ehrlich gesagt mies. Wenn man gut gemeinte Tipps abtut von wegen, ja ich bin doch YouTuber, ich brauche auch keinen anderen Job, aber gleichzeitig dann nach Spenden fragt, weil das Geld nun langsam alle ist und dann halt unter allen Videos gleich zwei Spendenplattformen mit anbietet, wo man ihnen drüber spenden kann, die Kanalmitgliedschaften, dann eigene Codes für irgendwelche Server, wo er dran verdient. Also er lässt die Leute schon gut wissen, wie man ihn unterstützen kann. Neben diesem Post kommen dann auch solche Communitybeiträge noch dazu, weil einige Kommentarschreiber auf seinem Kanal halt scheinbar nicht so kritiklos sind, wie er es gerne hätte. Und dann habe ich mich nochmal ein wenig mit ihm beschäftigt und dann kam man schnell, wenn man im Internet so ein bisschen halt rumsucht, darauf, dass er früher mal selbstständig mit einem eigenen Geschäft war, was halt an der gleichen Adresse mit seinen Nachnamen geführt wurde. Und die Rezessionen geben einen Einblick darauf, was das für ein Heer ist, mit dem wir es hier zu tun haben. Ich blende sie euch mal ein. Zitat, Ich habe mein Smartphone Samsung Galaxy S4 am 23. September 2015 zur Reparatur eingeschickt. Handy wurde beim Reparieren zerstört. Ich habe trotz unzähliger Mails und Telefonaten bis heute weder Ersatz noch eine finanzielle Entschädigung erhalten. Finger weg. Ein Stern. Oder Habe am 26.02.2015 über eBay bei diesen Herren einen Laptop gekauft. 359 Euro. Bis heute 7.11.2016 Trotz Anzeige und Weiterleitung an Staatsanwaltschaft in Hanau weder Laptop, geschweige denn mein Geld zurückbekommen. Null Sterne, versteht sich. Bleibe aber auf jeden Fall dran. Oder Das sind jetzt auch keine aktuellen Kritiker oder so, die da irgendwelche Fake-Rezessionen geschrieben haben. Das sind Rezessionen, die schon sieben Jahre alt sind. Und an dieser Stelle dachte ich mir, hm, okay, vielleicht kann man ja wirklich mal ein Video über diesen Herren machen, denn das ist alles schon, wenn man das zusammenfasst, echt mies. Immer die Schuld von sich wegschieben, alle anderen sind schuld an seiner Lage, vor allem der Vermieter, obwohl das Gericht ja scheinbar auch der Meinung war, dass der Vermieter im Recht ist. Dann dieses, ah mir geht so schlecht, spendet doch noch mal ein bisschen was. Und dann scheinbar noch früher Leute auf eBay um Geld gebracht und keine Waren geliefert. Und dann gab es noch einen Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, wo ich mir gedacht habe, Ich wurde nämlich heute Nacht von seinem Discord-Server gebannt und geblockt, nachdem ich ihm in meinen Kommentaren versucht habe, Tipps und Hilfen zu geben, wie man seine Lage verbessern kann und ihm meine Erfahrungen mit dem YouTube-Kanal ein bisschen geben wollte, der halt schnell weg sein kann und dass man darauf nicht seine Existenz aufbauen sollte und so weiter. Ja, was war die Quittung? Ich wurde dafür gebannt. Ja, und bei diesen ganzen Übereinstimmungen zu diesem Herren aus Franken dachte ich mir, okay, wenn ich ihm keine gut gemeinten Tipps über Discord mitteilen kann und er noch Leute bannt, die es gut mit ihm meinen, ja, dann muss ich das halt über ein Video machen. Wie gesagt, wenn ich noch Videos von ihm bekommen werde und euch noch einige Stellen einblenden kann von den Videos, über die ich hier gesprochen habe, dann werde ich das natürlich alles noch machen. Aber bisher sind da jetzt alle Vlogs down, weil er nun am Rudern ist, nachdem auf Telegram gestern sein Kanal schon beworben wurde. Denn man muss halt sagen, wie er sich so verhält, da braucht man sich auch nicht über Aufmerksamkeit wundern. Ja, ich werde mal schauen, wie es mit dem weitergeht und falls da noch irgendwas Interessantes passiert, werde ich es euch natürlich wissen lassen. In diesem Sinne sage ich auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Macht ihr euch alle eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und kommt morgen gut in die neue Woche. Vielleicht habt ihr ja auch schon einen schönen Urlaub und könnt die Tage bis Weihnachten noch richtig genießen. Und bis dahin sage ich auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video sage ich, Mädel auf meine Freunde. Leute, folgt alle mal dem heiligen Ofenkäse hier. und bis zum nächsten Video